der Knuback Booster ist ziemlich okay geöffnet dann der Code für euch und 1 2 3 4 Karten hinten nach vorne die 58 Sekunden schaffen wir gar nicht aber weiter geht's mit der Metallenergie mit einem Tropius mit Kotomi rostiger Schild mit Seychian im Hintergrund Seychian Kupfanti einem Weberrak einem Kamehaps einem Tusker einem Opeco mit Kamehaps Shiny come on haben Kamehaps gerade auch gehabt ja mit einem Kamehaps Shiny einem Baby Shiny sagen alle okay ich würde sagen Holoshiny warum Baby Shiny das Baby Shiny verstehe ich nicht vielleicht mag mir das niemand erklären im Video denn ich würde sagen das ist ein Holoshiny Kamehaps Holoshiny Kamehameha Hashtag Son Goku und dahinter finden wir ein Tutorial Untertitelung des ZDF für funk, 2017